Ein Star, der Cebit, ist definitiv Pepper, der steht hier neben mir und ganz genau. Und der ist vor allem deshalb der Star, weil er ein humanoider Roboter ist, der viele Funktionen unterstützt und eigentlich im Alltag helfen soll. Wir unterhalten uns jetzt mal mit Pepper, allerdings sage ich von vornherein, es ist ziemlich laut hier. Es kann also sein, dass er nicht alles versteht, was wir von ihm wollen, aber wir versuchen das einfach mal. Hallo Pepper! Servus. Was bist du? Okay, ich wiederhole es für dich. Servus. Was bist du? Ich bin aktuell darauf programmiert, dich durch unser virtuelles Büro zu führen oder ich kann demonstrieren, wie ich mit vernetzten Geräten kommuniziere. Was kann ich dir zeigen? Vernetzte Geräte. Okay, mit den vernetzten Geräten kann ich dir einen Kaffee oder einen Tee zubereiten. Außerdem kann ich das Licht einschalten oder Musik abspielen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Also wir haben jetzt 11 Uhr, also mach mir mal einen Kaffee. Wir können auch alternativ hier draufdrücken. Okay, ich möchte jetzt gerne einen Kaffee haben. Kannst du das wiederholen? Einen Kaffee, bitte. Hättest du deinen Kaffee gerne nochmal oder einen Pepper-Spezial? Der ist dann so wie ich. Heiß und stark. Ich nehme einen Pepper-Spezial, bitte. Klasse, dann einen Pepper-Spezial. Kaffeebecher findest du neben der Kaffeemaschine. Könntest du bitte einen Becher unter die Maschine stellen? Leider bin ich etwas zu klein, um das zu erledigen. Naja, das stimmt nicht ganz, aber der steht da. Hast du einen Kaffeebecher unter die Maschine gestellt? Ja, habe ich. Denke, dein Kaffee wird gleich fertig sein. Ja, soweit kriege ich jetzt erstmal einen Kaffee von dem Roboter. Ich würde sagen, Pepper, schlag ein. Sehr gut, sehr gut. So, das ist dann Pepper. Und in ruhigen Umgebungen, zum Beispiel im Altenheim oder in Krankenhäusern, könnte ich mir gut vorstellen, dass der kleine Mann ganz gut helfen kann, wenn man ihn zum Beispiel fragt, wo ist das Zimmer so und so. Weil dann fährt er mit einem dahin und zeigt einem das dementsprechend ganz schön nützliches Singen. Genau. Also wie man sieht, habe ich meinen Kaffee und der Roboter hat mit dem Pepper Spezial definitiv nicht zu viel versprochen. Das Ding ist unglaublich stark. Ich weiß gar nicht, ob ich den schaffe. Ansonsten kann ich nur sagen, spannendes Konzept. Leider auf so einer Messe ist es immer sehr schwierig, sich den Roboter wirklich in Ruhe anzugucken, weil viele Befehle nicht dahin gehen, wo ich sie gerne hätte. Also dann sagt irgendwer was im Hintergrund, der Roboter versteht es eben falsch. Und das führt dann dazu, dass die Diskussion mit dem Roboter wirklich sehr lange dauert. Aber er funktioniert sehr gut, ist extrem gut gelaunt, das muss man einfach so sagen, und hat echt ein paar witzige Befehle. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man den irgendwann mal im öffentlichen Raum zu Gesicht bekommt oder dass man den tatsächlich da einsetzt, wo so Spielgefährten total sinnvoll wären, zum Beispiel in Krankenhäusern, Altenheimen, wo auch immer. Er ist ja ein relativ simpler Roboter und ein relativ süßer Roboter. Das soll auch so, sodass auch die Schwierigkeit, ihn anzusprechen oder die Hemmschwelle relativ niedrig ist. Insofern ein cooles Produkt und ich versuche jetzt hier noch gerade meinen Kaffee auszutrinken. Der ist nämlich echt stark.